Leute und Herzlich Willkommen bei einem neuen Let's Play, Let's Play Clash of Clans und ich hab irgendwie so Carsten, da hab ich das Handy draufgestellt und ja ich bin einfach zu dumm um mein Handy zu routen, ja und ich hoffe es ist ja eben die Grafik ist gut und das Mikro ist auch nicht so schlecht. es ist weiß ich nicht mal welches Handy ist es ja war schnell los ja das ist ein Samsung Galaxy S3 Mini angesteckt das ist meine Burg ähm schreibt's mal in die Kommentare ob ich ob ich so machen soll oder anders weil auch mit dem Handy was ich gerade aufnehme hab ich ein zweiter Count erstellt ja und eben solche Vollvorsen haben mich die ganze Zeit gemeldet und jetzt bin ich nicht im Chat verfügbar ähm ich spende sehr gerne irgendwas und ja ich hoffe es macht euch Spaß das zu sehen sonst hab ich auch noch ich hab mich nicht das glaub ich werde ich auch ich bin noch ähm Boom Beach das kenne ich mir nur aus auf dem iPhone und das ein iPhone hab ich nicht hab ich ein Frank gemacht und ja ja ich mach mir gerade das Rathaus auf Level 5 und ja das ist unser ich will jetzt nicht mal so viel Werbung machen ja die Fire Demons Fire Demons ja und sehr viele sind stellvertretende weil Tobias der Clanchef zu faul ist dass er uns ähm degradiert also ich ich ähm ich bin kurz aus dem Clan weil ausgestiegen aber ich hab schon ein insgesamt sicher schon tausend gespendet ne 500 gespendet wir sind also ich bin sehr spendabel sehr ja und wenn ich on bin dann könnt ihr schon ach bin ich schon mal 3 Stunden an oder so auf jeden Fall ja ne ich mach mir gerade mal ne Goldmine auf Level 6 alle sind auf Level 5 Level 5 ähm ich hab ein einen New Veil und bei mir ist gar nichts also ich bin der Unkraut Unkrautbeseitiger so ähm ähm ich äh da ist der Beste aus dem Clan in Tobias spendet meist aber irgendwie ist er nicht gerade da äh nicht sehr oft da weil keine Ahnung anderen ist ja der spendet auch sehr viel ähm ich hab Ballone freigeschaltet und ja ich zeig euch mal meine Taktik hoffentlich seht ihr es auch so weil zu halten ist dann ja tot der fing tot der halt ich weiß nicht weil ich reden soll so 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 ähm ich hab ja da auch so so ich gebe immer alles aus so so der nun hat Alter bin ich schlecht ich bin schlecht so letzte Einheit na ja wenigstens haben wir ein bisschen so was ich will es hin taus ähm ähm da also ich würde hauptsächlich nur Android Games anzocken oder zocken und wie lange ist die auch 5 Minuten schon ja es ist genug ja meine Klammbrücke ist auf Level 2 so das war's das Ende von Video und ich sag mal Tschüss